Das Letzte. Was ist das? Eh klar, ein Doppelbruch. Und wie schaut der Doppelbruch bei uns aus? Bruch dividiert durch Bruch. Aber das ist jetzt wieder so einfach, dass wir eigentlich gar nicht viel darüber reden müssen, weil den großen Bruchstrich, den schauen wir uns einfach an wie ein Divisionszeichen. Und dann, was haben wir gerade vorher gemacht? Wir haben den Kehrwert gebildet. Und wie funktioniert das dann? Zähler mal Zähler, Nenner mal Nenner. Fertig. Fertig.